Mal gucken, ob ich treffe. Oh mein Gott, knock! Noch einer, noch einer, noch einer! Oh, what? Der ist gut getroffen, der war so... Oh mein Gott, beide down! Auf geht's, Leute! Wie geil ist dieses Ding, bitte! Ja, Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dabei ist heute der Liga Station! Hi! Leute, und ihr wisst, was es heißt, wenn Tobi dabei ist. Wir probieren wieder heute gemeinsam neue Items aus. Und zwar ist die nette Semtex-Granate, beziehungsweise die Haftgranate, jetzt in das Game implementiert worden, meine Freunde. Ich hab eben schon mal ein bisschen mit ihr rum experimentiert, leider aber nicht aufgenommen, meine Freunde, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was das Ding so kann. Generell relativ simpel, ich glaub, das hat einen, glaub ich, dreisekündigen Timer. Man schmeißt diese Granate, die bleibt irgendwo kleben und sobald sie kleben, bleibt tickt dieser Timer quasi runter und sie explodiert. Kann in manchen Situationen ganz nützlich sein, gerade wenn man vielleicht irgendwie da mit einem coolen Hit landet und der Gegner überall ist und keine Möglichkeit hat, zu entkommen. Ich werde mal schauen, meine Freunde, wie sinnvoll dieses Item überhaupt ist. Ähm, darf ich dir jetzt meine erste Meinung dazu geben? Ja, bitte. Landen wir hier, oder? Perfekt, Tobi ist es scheinbar egal. Nee, ich freu mich tatsächlich, dass es ein neues Item im Spiel ist, weil man merkt, dass sie sich Mühe geben und der Community was Neues bieten wollen. Das ist wohl wahr, ja. Boah, das war voll die gute Meinung. Das hast du schön gesagt, Tobi, ja. Ja, ein paar Teams sind hier schon. Wird lustig, hier zu überleben, muss ich sagen. Zumal wir halt noch relativ spät landen auch, ne? Zumal der Typ hier meine grüne Shotgun klar, der mich umbringen wird. Ja, ich bin tot. Echt jetzt? Ja, 4 AP. Oh nein, warte. Auf was soll ich warten? Ich rette dich jetzt. Schaffst du dazu entkommen? Nee. Ich hab die neue Granate, ich hab die neue Granate! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Zwei Gegner bei mir. Ey, soll ich deine Eltern sind so Geschwister schon wieder? Wo? Ruf den an, der Hund. Ja, Leute, die neue Granate, ihr habt sie gesehen. Das war's für den Video. Toll, danke dafür, Tobi. Machen wir's nochmal. Sind hier viele bei uns gelandet? Hast du ein Auge draufgebrochen? Nee, gar keiner, gar keiner. Ich hab niemanden mehr gesehen, Alter. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, die neue Granate zu finden. Natürlich. Und da ist die schon. Ernsthaft? Nein, ich hab gelogen. Aber hier ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich hab sie. Wie viel kriegt man da auch? Drei Stück kriegt man davon, ganz genau. So, Leute, wir können jetzt direkt mal vergleichen. Impulsnate versus die neue Granate, Leute. Können wir jetzt quasi hier direkt mal uns anschauen. Und so sieht das Ding quasi aus. Ich seh, dass hier, ich hab's... Äh, hab ich sie überhaupt in der Hand? Nee. Nee, man hat weder die Impulsnate noch die andere Granate in der Hand. Ja, das ist Fortnite. Jetzt hab ich sie in der Hand, siehst du das? Boah. So sieht die quasi aus, mit diesem Saugnapp drauf. Und jetzt kann man die quasi, theoretisch, wie weit fliegt die so? So, ich kann die da oben hinschmeißen. Oh, die fliegt schon ganz schön weit. So, da bleibt sie jetzt hängen. Ihr seht das hier, Leute, die tickt runter. Boom. Ja, macht fast keinen Schaden. Extrem geil. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie sich das im Gefecht verhält, meine Freunde. Und sehen uns dann wieder, wenn es so weit ist. Da vorne, da vorne, da vorne ist direkt einer. Warte, ich werfe, ich werfe. Äh, da, da unten ist er. Da. Ja, okay, das ist, glaube ich... Bisschen, äh... Ja, ich weiß nicht, was der macht. Hä? Sein Maid ist hier in dem Haus. Hängt hier in der Ecke. Ja, äh... Ähm, ja, die Granate war jetzt nicht so stark, tatsächlich, weil ich sie halt falsch eingesetzt hab. Der Typ hat unten eine Skar, die darf ich mir nehmen. Ja, ich hab schon eine. 3, 2, 1, meine. Hm, guck mal. Warte, Steps! Ich ping, nee, ich ping, nee, ich ping. Ich werf die Granate runter. Oh, oh. Über uns. Ich hab Granate geworfen, Tobi. Weg hier! Die werfen auch Nades. Wo ist er? Bei mir. Acht Damage, acht Damage wieder für die Shotgun. Ich glaub's nicht, Alter. Neue Granate ist wieder hier, Leute. Achtung. Mal gucken, ob ich treffe. Hast du noch einen Schild? Oh, mein Gott, knock! Noch einer, noch einer, noch einer! Oh, what? Der ist gut getroffen, der war so gut. Oh, mein Gott, Beine down! Auf geht's, Leute! Wie geil ist dieses Ding, bitte? Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Oh! Wir werden beschossen. Achtung, Granate! Oh, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, Gott, border. Der ist knocked. Der Mate hinter dir. Er wird mich nicht, er wird mich nicht, er wird mich nicht, er wird mich nicht. Tobi, hau ihn runter, hau ihn runter, hau ihn runter! Oh, mein Gott! Ziemlich hoch, Alter. Alter Schwede! Leute, habt ihr das gesehen, Mann? Wie geil, Alter, wie geil! Tobi, well played, Digger. Ich war, ich war komplett fokussiert auf was anderes. Nein, ich bin knocked, ein. Von wo? Von, von so einem Berg. Weit, weit weg? Ich bin am Leben. Äh, nee, nee, nicht so weit. Die werfen auch die Klebe, Nate. Oh Gott, die kommt zu uns. Du musst dich heilen. Ich hab nichts im Leben, Bro, ich hab nichts. Muss weglaufen, Tobi. Tobi, lauf! Ich kann nicht laufen, die sind bei mir. Ich battle gar gegen die. Arbeit knocked? Oh Gott. Achtung. Oh, ich hab Arbeit. Oh. Ich bin so ein Bro. Junge, 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 Junge. Ich hab's so gut. Ich hab's nämlich auf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, wie du's gerade gemacht hast, aber Matt, Respekt dafür, Bro. Ich hab's so gut gespielt. Digger. Ich hatte 20 AP, ne? Geile Lauf. Oh mein Gott, Leute, das läuft auf jeden Fall schon richtig geil. Ey, diese zwei Kills gerade, die schmecken ja mal richtig gut. Ich seh die Nails so da kleben, dieser Zoon Week steht da einfach und bam. Okay, wie viele Kills? Hast du ja schon wieder sechs Kills, ja, Digger. Schmeckt doch, Alter. Ja, aber es war jetzt aber gerade auch die zwei da, irgendwie. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein paar von den Skranaten. Oh mein Gott, diese zwei Kills gerade, das macht mich immer noch happy, Alter. Das macht mich richtig glücklich, Digger. Das macht mich richtig zufrieden. Du musst dir später zeigen, wie ich gespielt hab. Ja, gerne. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Guckt auf jeden Fall mal gerne bei Tobi vorbei, aber jetzt holen wir noch ganz kurz hier den Win, Leute. Und dann werden wir da nochmal eine Runde dranhängen mit den Granaten. Boah. Ich dachte wirklich, Digger, es wäre so ein unnützes Item wie das C4. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Einsatz, den ich da gerade eben gezeigt habe, das zeigt, also man kann damit einiges machen, wirklich. Du kannst in solche Festungen einfach reinwerfen und die bleibt da stuck. Richtig, genau. Ja, und manchmal, manchmal kriegt man, ich meine, der Sound ist schon sehr, sehr leise. Also man muss ganz genau hinhören, Leute. Ja, gut. Als Gegner kriegt man das nicht unbedingt mit, ne? Ich hoffe... Rechts von uns, Gegner 60. Da läuft einer, der ist ein Nose-Skinner. Siehst du hin, da rechts sitzt beim Baum. Unten, äh, unten vor uns auch, hast du gesehen? Oh, fuck. Der rechte auch noch, Achtung. Hab ihn gehittet, hab ihn gehittet, hab ihn gehittet. Einer pusht uns Osten. Hat der Typen auf jeden Fall gehittet unten. Ich würde jetzt nicht challengen, die können uns jetzt klatschen. Die haben bessere Pose, glaube ich. Das ist jetzt ein Risky-Kampf, ne? Oh, nein, 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 rechts. Da ist dein Mate. Warte, ich komme. Oh mein Gott, von hinten, Tobi, von hinten auch noch. Ich bin fast tot. Dein Mate ist da unten drin, der ist fast tot. Ich weiß, hier ist der andere. Oh mein Gott, der andere hat mich so krass gehettet, Tobi. Ich bin laun. Ich bin auch laun. Hä? Warte mal, das war ein anderer noch. Ja, schade, Leute. Versuchen wir das nochmal. Aber, wie gesagt, der Purpose der Granate steht auf jeden Fall soweit. Aber die Round war stark. Die Round war richtig geil, Alter. Versuchen wir das nochmal, Leute. Auf geht's, Runde Nummer zwei. Ja, Leute, es gibt noch eine kleine, kleine Theorie. Und zwar wurde hier oben auf diesem Haus, auf das ich gerade zufliege, das hier. Da oben sind jetzt quasi neue Items drauf. Das können wir vielleicht gleich mal zeigen, wenn wir so lange überleben. Da oben, meine Freunde, ist ein Schild drauf mit einem Kometen. Der tatsächlich dann doch Tilted Towers vielleicht morgen treffen könnte. Vielleicht passiert es trotzdem. Vielleicht passiert es wirklich trotzdem noch, Leute. Und Tobi ist gerade ausgetimt. Das ist natürlich nicht so geil. Tobi, sag, wenn du wieder im Teamspeak bist. Sag, 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 sag. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben vielleicht gerade mitbekommen, dass Tobi weg gewesen ist. Hier ein kurzes Video, was passiert ist bei Tobi. Ja, Tobis PC hat mitten drin angefangen zu brennen. Ich weiß auch nicht genau, wie das geschehen ist. Aber jetzt ist Mo mit dabei. Hallo. Weil ich unbedingt jetzt, wenn ich schon mit Duo angefangen habe, will ich es auch als Duo zu Ende ringen, Leute. Ihr habt eben den Double Kill mit der Granate gesehen. Das war auf jeden Fall ganz lecker. Hallo. No joke. Ja, okay. Ich habe jetzt schon Mo dazu geholt. Möchtest du wieder mitspielen, Tobi? Äh, mir egal. Okay, ich hole Padden auch dazu, lass den Squat spielen. Komm. Ich habe den Leuten das Video gezeigt, ne? Digga, es kann doch nicht sein. Aber was ist das? Ja, Digga. Das Ding ist, wieso geht der noch? Obwohl er gebrannt hat. Egal, hinterfragt das nicht. Egal, lass uns einfach schnell die Windhole, Leute. Auf geht's. Mein PC ist ja wie ein Flugzeug, Alter. Das ist ganz normal, Tobi. Das ist ganz normal. Bist du sicher? Nee, eigentlich nicht. Pass auf, gleich kriegen wir mich von denen auf den Sack mit der neuen Granate. Wo ist der bei dir? Okay, on my way, on my way. Woah, ich werde von der Seite gepusht. Ich bin das, ich bin das mit der Raketenwech. Ich bin noch acht Schüsse, Alter. Ich habe 40 HP, ich habe 40 HP. Na egal, ich pushe es einfach hier mit. Einer ist rechts in dem Haus. Ja, ja. Hat 57er-Hit von mir bekommen. Der ist low. Ich bin knocked, ich bin knocked. Er wird mich finishen, er wird mich finishen, er wird mich finishen, er wird mich finishen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Granaten überall. Oh mein Gott, Alter, da ist die neue Granate, juhu. Okay, nice. Oh, Leute, Alter, ich wollte unbedingt noch die Kill machen, aber ich habe da nicht gecheckt, wenn ich Leben habe. Oh Mann, das ist jetzt nicht schlau, das wäre es. Okay, okay, das wäre miese gewesen. Okay, pass mal auf. Tobi? Ja? Bleib mal ganz kurz stehen, ich versuche dich mal an dich dran zu werfen, okay? Bleib mal kurz stehen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, es geht? LOL! Oh mein Gott, Alter! Oh! Okay, das muss dann auch eben passiert sein, weil der Typ war instant genockt einfach, Alter. Hier ist eine Kiste, hier ist Munition für mich. Oh, Tobi ist stehen geblieben. Oh nein, Tobi? Wir machen das dann. Nein, Alter. Mo, 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 troll mal bitte nicht so rum, also mal ernst so ein bisschen. Jungs, ich bin da. Oh, Junge, Alter. Hier ist eine... Oh, eine Pump, geil, kann ich die haben? Ich habe noch keine. Ich sehe Spieler, ich sehe Spieler, vorne bei Vettel. Alter, wir dachten gerade schon, Tobis PC wäre down. Okay, nice. Oh, nehm, 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 perfekt. Lass doch da hin, oder? Ja, ja. Lass da hin, ich will mit der neuen Granate was machen, Alter. Da steht noch einer. Ja, vorne, vorne, vor mir, genau vor mir. Ich will ihn mit der Granate abwerfen, okay, ich muss einfach, es tut mir leid. Okay, warte, Leute, ich will ihn treffen mit der Granate. Ich will ihn treffen. Oh, Digga. Warte mal. Au! Oh, mein Gott. Einer. Einer down. Oben, oben. Der kommt runter. Beine down. Sehr schön. Uiuiui. Oh, mein Gott. Ich habe dem einen sogar mit der Granate noch gut Damage gezogen. Warte, wo ist Mo? Hier. Bei mir ist jemand, Boys. Ich habe keine Waffen. Ja, nicht nur einer, Digga. Patrick wird gepusht, Leute. Patrick wird gepusht. Ja, ihr seid alleine. Macht einfach. Warte. Was, was das denn? Wo ist der? Dieses, wenn schon 10 Jahre braucht, um so rauszukommen. Nein. Aber er knocked. Okay, hier unten sind zwei down. Der hat die neuen Granaten wieder. Bei mir ist noch einer. Bei mir ist noch einer. Ich brauche so dringend Loot. Patrick, bist du gefinished worden? Ja, ich weiß, er geht und dann pumpt gar nur noch 10 Jahre, bis sie rauskommt. Alle down? Ja. Oh, mein Gott. Okay, schade, Patrick, Digga. Es tut mir leid. War nicht schnell genug. Ich glaube, man kann die Nade auf einen Rocket Launcher werfen. Oh. Oh. Was, Digga? Wenn das funktioniert, Alter. Doppelter. Doppelter Explosionsschaden. Ich habe gerade so Angst, dass mein PC abbrennt. Ja, alles gut, Tobi. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ey, wir müssen jetzt irgendwie überlegen. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin mit dieser Rakete auf die Granate? Drei, zwei, eins, go. Okay. Was? Mo, Digga. Du Botz. Du hast es geblockt. Ach, Digga, Mo. Ja, kann ich nicht sehen. Tobi, drei, zwei, eins, go. Ich sehe halt eher eins. Oh, oh, chill, chill. Noch nicht werfen. Guck erstmal, wo du hinkst. Nee, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Ehrlich? Klappt nicht. Bleib nicht hängen, nee, Digga, bleib nicht hängen. Schade, Alter. Das wäre krank gewesen, Leute. Ey, stell dir mal bitte vor, wirklich, das würde funktionieren, Alter. Petrit, was für ein Play wäre das? Das wäre... Das wäre aber noch geil, wenn sie das noch mit reinbringen würden, Alter. Vor uns Gegner, vor uns Gegner. Läuft zu uns. Tobi ist tot. Er steht wieder noch rum. Loll. Tobi? Oh, oh. Komm, Mo, wir müssen da rüber. Wir müssen uns die Loot geiern. Nein, Alter, Tobis PC ist abgebrannt. Schmerzhafte Erfahrung, Alter. Oh Gott. Gegner vor uns, vor uns. Der eine kommt hoch, siehst du das? Ich schlose, weiß ich nicht, bis sie sich bekämpfen. Oh nein, die haben wir gesehen. Er pusht, er pusht. Shit, shit, shit. Okay. Loll. Baut, 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 baut. Komm schon, Granaten. Hol die wenigstens. Einer nockt. Einer zu dir. Loll, er verreckt nicht, er verreckt nicht, er verreckt nicht. Ah, Junge, ich... Ja, Mo hat mal wieder eine riesige Hilfe gewesen, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ihr habt aber gesehen, was mit der neuen Granate drin alles möglich ist. Mo ist einfach disconnected. Tobi kommt, ey. Digga, 8 Minuten. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh mein Gott, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut mal Mo vorbei dem Arm. Lasst dir mal ein Herz von Revi in den Kommentaren da. Schaut bei Patris vorbei, lasst dir mal einen deutschen Pass in den Kommentaren da. Und schaut bei Tobi vorbei. Und lasst dir ein bisschen... Hau da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Die neue Granate ist auf jeden Fall nice. Das macht eine Menge Spaß, damit zu spielen. Ich kann's euch nur empfehlen. Gönnt euch das Ding mal. Schade, dass heute kein Wind dabei rumgekommen ist. Aber es war trotzdem nice. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.